recht herzlich willkommen zu 171 folge vom corbel space programm ja wir hatten letztes mal noch punkte geholt der drado hatte dann geschrieben das war hier definitiv diese lande bei einer lt2 auf jeden fall erforschen sollen das machen wir doch jetzt mal gerade dann sind wir da schon durch gehen zurück ans raketenbauzentrum und schauen zu dass wir dort die rakete auswählen und dann definitiv die umbauen so laden und dann müssen wir hier abbauen weg damit dann gehen wir dorthin und das sind die das sind riesen brummer das bedeutet wir hatten vorher vier die sollen viel stabiler sein das heißt drei werden wahrscheinlich reichen würde ich sagen so ungefähr jetzt das einigermaßen ich weiß nicht da nee das geht da nicht da ist die dingens die treppe jetzt die frage wo die hin muss das ist doof der schirm ist im weg geht das so weiß ich nicht so sieht jetzt ein bisschen verkorkst aus ne wo die schirme wo die schirme wo die schirme wo ist der schwerpunkt muss schon da sein kann man die jetzt da drauf war einkloppen müssen wir die nicht dann wird er so gehen oder sollen wir mal so lassen so minus müssen wir drücken dann kommen wir raus sind noch zu niedrig ganz grün werden würde jetzt gehen ich wollte nur den haben jetzt den da drunter sieht gut aus sieht gut aus oder das mal so gut das ding gespeichert zurück zurück war doof wieder da rein wir müssen nicht zurück sondern zum landepad beziehungsweise startrampe nicht landepad beziehungsweise startrampe nicht landepad ja zack gespeichert hatten wir da drauf ich glaube das war jetzt hier fährt zwar ja esser oh die hat so ein hyper gemacht was war das keine ahnung so dahin srs an so dann müssen wir missionszentrum machen und hier das flugzeugbauzentrum tschuldigung so 3 2 1 ne und dann schub geben müssen wir abheben dann in die kiste drehen bisschen weniger schub bisschen noch da bisschen noch da hinten das rollt schon noch da schub weg nehmen schub ganz weg sieht gut aus fallschirme raus und runter irgendwo da kommen wir jetzt raus auf jeden fall passend ja wahrscheinlich hier auf dem flugbauzentrum flugzeugbauzentrum macht einen guten eindruck schub auf jeden fall und dann schneller dass wir da runter kommen ja läuft auch wir hätten auch noch einen anderen schirm wenn wir vielleicht auch einbauen können geht noch geht noch so dann können wir alles durchführen hier voll volle leistung temperatur haben wir auch nicht gehabt den go passt hier die klappen öffnen passt so dann haben wir noch crew report hier oben auch super und hier müssen wir dann auch steigen so er darf raus eva machen eva bericht top oberflächenprobe top jetzt weiß ich immer noch nicht ob es das bringt mit dem dingens aufbauen schirm äh nicht schirm flagge zock mit knopf und bedienung und losläufts flugzeug bau z läuft ok und wir klettern nicht auf die fahne sondern gehen zurück und klettern eigentlich hier hoch da war irgendwas mit klettern gerade ja das ist jetzt doof irgendwie klappt das gerade nicht da war es gerade mit dem ok auf ein neues jetzt hat das glück gehabt so drinnen sind wir alles mitgenommen ne bodenprobe haben wir gemacht ich glaube wir haben alles gemacht das haben wir gemacht fehlt noch was ich glaube nicht ne barometer thermometer ja go ne ich glaube wir haben alles können wir recoveren gut das sind das sind 29,4 das ist das geld zurück und da sind die erfahrungsbude ja nicht hat keine ip erfahren ok so das heißt das haben wir alles erstmal geschafft das heißt die nächste runde ist hier ja aber ich mach das nicht diese folge sondern ich höre vorher auf ja ich denke es war eine kurze folge aber die zweite runde machen wir in der nächsten serie gut dann würde ich erstmal sagen recht herzlichen dank fürs zuschauen und ich würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss tschüss